Ford Transit hätte ich beinahe gesagt Ford Fiesta war ja 2005 war vorne rechts ein bisschen tiefer gelegt ja da ist die Feder gebrochen und der Rest nicht noch da drin ja und da steht sogar noch eine Nummer drauf und so schlecht sieht die gar nicht aus aber die machen wir mal neu und dann wollen wir mal sehen was wir Stoßhelm vergleichen mit neu Feder mit neu Domlager mit neu alles neu 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 und Reifen ist auch grenzwertig die machen wir auch mal alle vier neu und dann wollen wir mal sehen